Ich zeige Ihnen eine neue Funktion von PowerPoint, die ich wirklich genial und praktisch finde. Mein Name ist Piermin Lehnherr. Wenn ich eine Bildschirmaufzeichnung mache, dann mache ich das mit Camtasia. Das ist aber ein kompliziertes Programm, hat aber viele Möglichkeiten, um die Filme nachher zu bearbeiten. Wenn Sie für sich eine Anleitung machen, machen Sie doch das ab heute mit PowerPoint. Da ist PowerPoint und Sie können ab jetzt sofort eine Bildschirmaufzeichnung machen. Ich mache ein Beispiel. Ich möchte eine Erklärung zu Word. Da ist eine Funktion, die brauche ich alle drei Monate und dann habe ich es immer wieder vergessen. Also mache ich einen kurzen Film für mich und ich starte so. Ich sage hier oben bei PowerPoint einfügen, gehe ich weit hinten zur Bildschirmaufzeichnung und muss nun einen Bildausschnitt definieren, der aufgezeichnet werden soll. Wenn ich jetzt den falschen Ausschnitt gewählt habe, dann kann ich hier oben nochmals auf Bereich gehen und einen anderen Bereich definieren. Ich mache das über den ganzen Bildschirm. So. Das möchte ich aufzeichnen. Die Aufzeichnung hat noch nicht begonnen, aber wenn ich jetzt sage aufzeichnen, jetzt beginnt die Aufzeichnung. Hier der Countdown und jetzt geht es los. Also zum Beispiel, wenn ich in Word eine Klammer schreibe, den Buchstaben C und wieder Klammer, dann wird daraus automatisch ein Copyright. Das selbe bei Klammer, E, Klammer, dann kommt Euro. Wo ist das versteckt? Ich zeige es. Gehen Sie zur Datei. Hier zu Optionen. Und bei Optionen zu Dokumentprüfung. Bei Dokumentprüfung zu Autokorrektur. Und hier sind diese Burschen drin. Also hier ist das Copyright-Zeichen. Ich könnte das nun löschen, denn das stört mich zum Beispiel. Dann könnte ich das einfach löschen. Oder ich kann ja auch irgendetwas Neues erfinden. Ich mache doch folgendes. Immer wenn jemand ein P schreibt, dann kommt dahinter so jetzt ab in die Pause. So. Hinzufügen. Okay. Okay. Und wenn jetzt hier jemand aus Versehen ein P schreibt, Leertaste, dann geht es immer ab in die Pause. Wie beende ich nun meine Aufnahme? Hm. Das ist schwierig, denn das Werkzeug fehlt. Das ist irgendwie oben beim Bildschirmrand verschwunden. Also suche ich es doch dort wieder. Ich gehe da mal nach oben. Da ist es zum Glück. Ich stoppe die Aufnahme. Was passiert? Irgendwie nichts. Doch. In PowerPoint. Ich wechsle hier zu PowerPoint. Ist meine Show, meine ganze Show, als eine Folie in PowerPoint. Und ich kann das nun starten, hier unten. Ich lasse das mal los. Und so weiter. Also es hat das wirklich aufgenommen. Und ich kann diese Datei nun speichern als PowerPoint, speichern oder speichern unter. Geben Sie einen schlauen Namen und Sie haben immer Ihre eigene Anleitung dort, wo Sie sie wollen. Und so viele Anleitungen, wie Sie wollen. Und es geht garantiert schneller, als wenn Sie von Hand irgendwie schriftliche Notizen machen oder Zeichnungen machen von diesen Bildschirmbildern. Da werden Sie ja nie fertig. Aber ich würde diese Datei noch besser speichern. Gehen Sie hier nochmals zurück oder drücken Sie die Escape-Taste. Hier habe ich dieses Film-Element. Das möchte ich ja gar nicht in PowerPoint. Ich speichere es als Film. Und nur als Film. Und hier meine PowerPoint-Show, die brauche ich dann gar nicht. Wie geht das? Machen Sie auf dieses Film-Objekt einen Rechtsklick. Klicken Sie auf Medien speichern unter. Bestimmen Sie, wo Sie das speichern möchten. Zum Beispiel bei Dokumente. Sie sehen, es gibt sofort eine MP4-Datei. Ich würde hier einen sehr praktischen Namen nehmen. Zum Beispiel das Jahr, den Monat, den Tag. Und schreiben Sie Word-Automatismen oder gerade das, was Sie aufgenommen haben. Und speichern. Das war es. Das hier von PowerPoint, das brauche ich nicht mehr. Sie können also diese Datei schliessen, nicht speichern, denn Sie haben ja diese Datei hier bei Ihren Dokumenten als Film-Datei gespeichert. Das war's.